In dieser Geschichte aus dem Buch geht es nicht um Tiere, sondern um Naturgewalten. Johann Gottfried Herder nannte seine Geschichte die Sonne und der Wind. Einst stritten sich die Sonne und der Wind, wer von ihnen beiden der Stärkere sei, und man wurde sich einig, derjenige sollte dafür gelten, der einen Wanderer, den sie eben vor sich sahen, am ersten nötigen würde, seinen Mantel abzulegen. Zugleich begann der Wind zu stürmen, Regen und Hagelschauer unterstützten ihn dabei. Der arme Wanderer jammerte und zagte, aber immer fester wickelte er sich in seinen Mantel ein und setzte seinen Weg fort, so gut er konnte. Jetzt kam die Reihe an die Sonne. Mit milder und sanfter Glut ließ sie ihre Strahlen herabfallen. Himmel und Erde wurden heiter und warm. Auch die Lüfte erwärmten sich. Der Wanderer vermochte den Mantel nicht länger auf seinen Schultern zu erdulden. Er warf ihn ab und erquickte sich im Schatten eines Baumes, während die Sonne sich ihres Sieges erfreute. So kann milde und sanfte Wärme einen Wanderer dazu bewegen, den Schutz vor den Unbilden des Wetters mit Sturm, Hagel und Regen abzulegen und sich seines Lebens zu freuen. Und sich seines Lebens zu freuen.